die ich lege auf nein ich mach schluss mit dir hey es tut mir leid so ich wollte das nicht sagen warum lass uns das Tagebuch suchen nein du gehst dahin, ich geh'n woanders dahin ich weiß auch schon wohin ok da wo wir das letzte mal dreimal dran verdeckt sind nein oh das ist, oh ich hab' mein Auto geflippt oh ahaha guck mal ausgewachsenes Gag, bringt mir 30 XP ähm ja ich hab' das Tagebuch, ja einfach durchwenden, ja lache du stirbst äh hallo, ja ähm ich hänge oh fail das Auto ist kaputt oh du bist tot, haha, nur ich werde dich nicht elend so sozial bin ich wow boah äh der ist bautet bautet ich mach' jetzt bautet, alter ja ich lebe ich komm' dich nicht wiederbeleben ich bin froh, wenn ich hier rauskomme boah 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 ohne anzugesieren, einfach mal aus 500 m ja meine Hände sind schon wieder verpackt, wie geil aber diesmal am Lenker aber diesmal am Lenker hickchen mostra schade ums auf YouTube zu hallo 720G ob ab mein Auto brennt ähnlich der Konkurrenz die Atlas-Firmengruppe und die sie zu der Super-Macht werden wie sie heute ist Jo sie mir noch mehr Entschuldigung wo verschluckt an der Luft die Kommisscheine Luft verschlucken keine Ahnung fragt das die Luft Schöpfen auch nur die Folgen Profis Alte nur ich Minimutika Minimutika die Tür auf ja er kriegt die Tür auf ich weiß nicht was Jo ich stehe in einer Stelle wo man eigentlich stehen kann ist das nicht nett also es gibt voll schnell dick ja Karte generieren wo muss ich denn hin da unten bist du hol du das Tagebuch schnell ich hab mich schon wieder doppelt ich hab mich schon wieder doppelt ich hab mich auch doppelt du hast mich doppelt ich hab mich schon wieder ich hab mich schon wieder gefunden ich hab mich schon wieder gefunden alles neue die Scheiße ist aber besser als Schusshof abliefern ich hab mich schon ich hab mich schon ach so und Prozent wegen dem Start das werde ich wahrscheinlich später mal machen dass ich um das ist das bisschen lauter machen weil ich verstehe das kaum selber Moment ich hab mich schon ihr seid live dabei wie ich meine Optionen und oder ich sie nicht ändern kann wow ja ich hab dein Auto gepflegt und du musst aussteigen oh 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 damit gemeint war bis jetzt ist das nicht toll ich bin heute wieder ich ich ja wo mache ich denn auch oh oh mach was ich schlafe ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin er Minister Ich bin auch und aber gerade zwei 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 m ein du du Nein um nach oben weißt du was ups fail witzig oh mein Gott oh shit ah nein das ist nicht stimmt nein wir gehen dann nicht hin zu gucken ob wir noch andere Missionen haben um ok gehen ja oh ich will Sledge nicht umbringen ach ist das die Mission wo wir Sledge umbringen ich glaube ja ach wirk ich hasse ihn was letztlich dieser übermut ja der mutierte die Schilder die ganze Kliniken die Schuss auch Runds Jo ja wir müssen eigentlich zwei Automaten stehen die sind bei mir weg die sind aber da Jo screenshot wird wir müssen wenn wir jetzt die Schilder macht den Wettbewerb herunterziehen und dem Wettbewerb ganz kleines Video einblenden oh 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 jetzt sind sie wieder da zu spät tut mal leid ich bin wie sie machen ja hab ich und jetzt weg ja und das sieht man voll nicht dritter voll rum guck mal hier wie sie das sieht man das bei mir wie sie an hast du ja hier ja wie sie an mit mit sieht man gar nichts ja wie gar nicht tisch 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 mehr Junge wo alter kritik er auf seinem Arsch mach ich Kritik gut los st schaden unnötig aber egal es ist doch den Töten gibt am meisten noch so schaden alter sieben drich springt er ja oooh knallharter what the hell ey du müssen mach das jetzt has sein Maulau mach das mach dein Maulau ich kommt noch drei Schuss für dich geil komm noch einen Iyaj Iyaj lass ihn nicht töten jetzt jetzt schnell schnell ich muss doch nachladen du so schnell schießen die Preise mit nur in den Kauf, Alter hier sind die Midi was der hell joa ich muss schon wieder nachladen immer wenn ich tot bin ich schnapple muss das nicht toll wirklich aber nicht das den Messer in Arsch geschoben hier ist noch Medi für dich ich nehme kurz eins aus dem Inventor wer ist so blöd und kauft sich ich verstehe nicht, dann kann man sich Medi-Kids kaufen so was ist unnötig das ich hab mir noch nie einen Medi-Kid gekauft oh brenne du mit der langen Zunge brenne stirb, färbeln sein Kopf brennen du sollst brennen brenne brenn joa ich kann aufgehen ok wo ich bin aber da lag irgendwas ist über Obd es wird der das das in der er aber hat er da aber noch manche auf so betrachten ich bin nicht nur in die die beste habe ich gesagt die ganze Zeit auch nicht das als meine aber die Branche nicht bitte die jahre hatte die jahre ja ich will eine mann erhältlich die will ich schon mal mehr nur ob die Dommelhäuser von den Schueren das ist Schläger das ist ein Arbeiter aber ich mache es nicht mehr ja wort er gut wo auch auch mit dem Schläger dann das ist der Schilder er hat mich nicht mehr beschwertig Nein! Ja, ich bin doch da, Mann! Oh, bringe den Schläger! Ja, den bin ich jetzt gestohlen, zack! Sorry! Kill dich, kill dich, ich kill dich! Wer auch nicht geschlagen war, den schafft er nicht! Wer auch! Er ist down! Hör doch mal auf! Es gibt ganz schönste Sache hier bei Borderlands! Kacka! 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 Ich hab keine Munition mehr! Wuhuu! Wer schießt denn hier auf uns?